These are the adventures of Randall Hicks. Und könntest du mir sagen, warum zur Hölle du die Brieftasche des Toten hattest? Ähm, wir sind Brieftaschen, Freunde. Sie wissen schon, er hat meine, ich hab seine. Wieso hat er dann deine nicht? Hat er nicht? Dann hat er mich all die Jahre betrogen. Das ist mit Abstand das Dümmste, was du heute gesagt hast. Randalls Monday Das ist mit Abstand das Dümmste.